Ja, gut. Hä? Warum spiele ich jetzt Lüse? Und. Toll. Einfach mal ganz woanders hingeschmissen. Ah, du kannst ja echt nichts machen mit dem aus der X. X und hinten wieder mal Y. Jetzt trifft nicht nur die Schatzkiste. Was? Oh. 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 was na komm na komm und na ja hat jetzt auch nicht so viel gebracht wie gedacht ach Gott komm schon mach doch was der langweiligste äh fight ever oh Ich hab schon jetzt halt kein Schild mehr, ich muss noch schnell Schaden machen. Oh. Yes. Hahaha. Raffi ist pissed. Obwohl so ein Impact-Dial auch gegen Kaido was bringen würde. Huh. Wahrscheinlich würde das Impact-Dial einfach brechen. Du bist nicht zu mir! Blisop! Nein! Das war eine schöne Zeit, Lissab. Das war ein Kapitän. Mach es! Wenn du dich auf die Flasche schreierst, dann kann ich mich auf die Flasche glauben. Ja, das war damals schon ein wenig traurig. Ja man, sind ja voll abgegangen mit Lissab. Juhu, ich habe Lissab freigeschalten. Lebenslanges Lebewohl Niko Robin, die Frau der Finsternis Robin verschwindet, was die Crew aufhochen lässt. Ruffy und die Crew versuchen herauszufinden, was Robin widerfahren ist, während sie gegnerische Angriffe abwehren. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was ist das? Okay, um... Minimum Passanji Oh, oh, this is... Isn't that a spell? See? Ich weiß nicht, was du sagst, was du sagst. Rufi, zurück! Du sagst euch allen. Danke dir. Danke für mich. Ich danke dir. Tschüss. Moment mal! Robin-chan! Rufi! Part der Tobak. Die Leute sind der Mann. Robin hat mich nicht verletzt. Robin hat mich nicht verletzt. Joppa. Ich habe mich noch ein bisschen. Die Frau ist ein Mann. Er ist ein Mann. Er ist ein Mann. Ganz genau. So, wir müssen Robin finden. Das ist jetzt unsere Mission. Da. Ein bisschen was mit. Da ein bisschen was mit. Das nehmen wir mit. Ein bisschen mehr Kraft. Ein bisschen mehr Defensive. Und davon was. Und davon was. Und davon was. Und davon was. Ah, so ist es okay. Ah, ich habe ja nur die, ja gut, ich habe ja nur die vier Fähigkeiten, dann ist es erwischt. Dann machen wir das, dann nehmen wir noch ein bisschen Gold mit und dann nehmen wir noch ein bisschen hier mit. Nein, 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 puh, das war knapp. Dann geht's los. Ja, verpasse den umstehenden Gruppengelehrer hinter einer Abreibung. Okay, wird erledigt. Und, puh. So, da ist schon der erste. Anlocken. Und, draufhauen. Immer feste drauf. Oh, Nami ist ja auch da. Boah, wer ist denn das? Naja, niemand stark ist auf jeden Fall. Hier muss er aber auch so ein Big Boss sein. Da ist er doch. Hei-ja. Ja. Ja. Oh, da sind wieder zwei, da sind wieder zwei. Oh, ich krieg ihn ja auch noch. Und bam. Und tschüss. Okay, die haben wir schon mal erledigt. So. Oh, und das wieder Franky. Super. Super. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Ja. Woa, wer. Dann, dann, dann. Und weg mit dir. Oh, tschüss. Also, wie viele von den Kommandanten sind denn hier? Okay, ich glaube, da sollte ich mal doch ein bisschen aufladen. Und weg mit euch. Oh, fuck. Oh, tschüss. Ich sehe nichts mehr. Sie stell den Kran und locke die Gruppen der leere Handwerker von dem Haulquartier an. Okay, dann kommen wir mal. Hä? Welche Kräle soll ich denn überhaupt machen? Die Gruppen der Leere Handwerker. Die Gruppen der Leere Handwerker. Das ist die eigene Meinung von Robin-chan. Ich muss noch einmal sprechen und reden. Und... Und... Huch! 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 Denkste! Huch! Huch! Oh, ich habe die Nebenmissionen nicht geschafft. Oh, nein. Betritt die Galera Company. Ja, aber wo? Oh, das ist eine Schattentruhe. Und einer von den Pessern. Wo muss ich denn hin? Also ich muss, glaube ich, da und da hin. Gucken wir jetzt erstmal hier vorbei. Und zwar dieser Kran hier. Da, 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 da. Ja, kommt schon. Geh endlich kaputt. So. Und da oben müsste auch nochmal einer sein. So. Oh, nein, die vierte. Oder auch nicht. Okay. Wow. Wow. Und da, 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 da. Und Bounce! Und Bounce! Und Bounce! Sieh! 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 Gut! Oh, Roughy! Okay, Up! Sieh! 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 Und... Bounce! So... So... Oh, wie viel von den Kommen noch? So... Ach, nö! Noch mehr! Also, wir müssen dezimieren... Und... Tschüss! Gut! Zorot wenige Gegner besiegt wie ich, das ist schön! Oh, hier... Und? Oh, hier... Oh, hier... Oh, hier... So... Also, wir müssen jetzt... ...dannoyen... In der Zeit, wir müssen noch...